Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breitaufformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Er bleibt von meinem Raum, Keiter, Jörg, Krebs und bitter. Die Schmerz steiner konnte nicht nur die Zukunft. Das bleibt von dem Raum, Keiter, Jörg, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Maragin, die mein Befehl zu widersetzen! Oh, weil ich das einfach nicht komme. Das bin ich der, der hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederbrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmüller Aktionen nur verhindert! Es hat mit denen nur ein Schicksal... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen! Wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Verräter! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Verräter! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Verräter! 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 Wir sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus! Der Krieg ist verloren!